Moin liebe Blitzer-Gruppe! Heute mal von meinem Schreibtisch, weil draußen Schietwetter, es regnet gerade, der Herbst kommt und was passt besser zu so ein schönes Gewinnspiel. Wer kennt sie nicht? Diese unbeschreibliche Vorfreude auf das nun kommende spontane Frontalfoto. Aber wir sind die Harzer Blitzer-Gruppe, natürlich haben wir da ein, zwei Mittel. Wie ihr wisst, haben wir seit vielen Jahren eine ziemlich coole Partnerschaft mit Blitzer.de und Atudo. Durch diese Jungs und Mädels, die nebenbei gesagt die wohl größte Live-Datenbank für Verkehrsmeldungen haben, sind wir auf ein paar Dänen aufmerksam geworden, die die Nutzung dieses Services noch einfacher machen. Vielleicht hast du davon auch schon was bei Facebook gesehen oder mal davon gehört. Es gibt jetzt eine Art kleinen Bluetooth-Piepser, genannt Ono, welche an sich nichts weiteres tut, als sich mit deinem Handy zu verbinden und das auch erst ab dem Zeitpunkt, wo er bewegt wird. Und wenn dein Handy, mit dem du glaube ich ja auch noch telefonieren kannst, den Piepser sagt, dass er jetzt mal losbrüllen soll, dann tut er das. Natürlich sind Geräte, die eigens und nur dafür da sind, Blitzer zu verpetzen, verboten. Aber Ono ist nur ein Bluetooth-Lautsprecher und dein Handy ist eben nur ein Handy. Somit sind wir wieder wie üblich in einer Grauzone. Deshalb ist Ono auch in Deutschland verfügbar, beispielsweise auf Amazon. Aktuell sogar mit einer coolen Rabattaktion. Die brauchst du aber nicht, wenn du bei unserem Gewinnspiel abräumst, denn wir hauen gleich fünf Geräte auf einmal raus. Was ist es? Viel Glück allen Teilnehmern!